Thorgan ist ein offensiver Spieler, der unglaublich laufstark ist, eine sehr, sehr gute Schnelligkeit hat, einen guten Tiefgang hat, sehr variabel mittlerweile einsetzbar ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Es ist immer schön, so einen Spieler in unseren Reihen zu haben und wir sind sehr, sehr froh darüber.